Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich ein Video mit der Inka, also ein kleines FMA, weil es ist so schönes Wetter. Und dann werde ich heute ohne Sattel mit ihr ausreiten, alleine. Also meine Mama fährt dann wieder nach Hause und hilft mir jetzt aber eben schnell die Inka fertig machen. Und dann geht's los und ja, man sieht ja auch, ich bin nur ein Top. Und wir haben uns gedacht, dass ich die GoPro mitnehme, also hier, die muss ich jetzt gleich noch auf den Helm machen. Und dann, aber ich wollte halt noch mit der filmen und dann habe ich halt das zu meiner Mama gesagt. Und ich wollte halt keine Jacke anziehen, weil es ist 26 Grad oder so. Und deswegen gehe ich mit der Inka auch nicht so eine große Runde. Deswegen habe ich diese Tasche jetzt hier bekommen, so eine Beuteltasche. Und meine Mami holt die Inka zum Glück jetzt für mich, weil die steht ganz oben in der Ecke. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, ich hole jetzt mal aus unserem Spind unseren Putzkasten raus. Oh, ich muss kurz die andere Hand nehmen. Kennt den ja schon. Hat sich noch nicht so viel getan. Und wenn meine Schwester kommt, dann wird sich natürlich noch mehr tun. Hier ist der Inkausputzkasten. Den werde ich jetzt erstmal hinstellen. Oh, jetzt kommt blödes Licht. Aha, ging eigentlich noch. Und so, ich dachte, da kommt jemand. Und ja. Ich hole schon mal in die Trense. Dann wird alles schon mal so ein bisschen fertig machen. Ja, Mama, Mama. Die Amy steht da mitten auf der Wiese. Amy! Komm hierhin! Da hinten kommt die Amy. Amy! Amy! Das dachte ich jetzt mal, ich war eine schöne Aufnahme von ihr. Nein! So lässt dann zu spät in Chattie stehen. Amy! Komm mal her! Hallo! Display ein bisschen dreckig. Hallo! Guten Tag! Du bist kamerascheu. Hallo! Guck mal hier! Guck mal hier in die Kamera! Hallo! Ja, auf jeden Fall ist die auch dabei. Aber die wird natürlich gleich mitgenommen, weil ich die nicht mitnehme. So, die Inka ist jetzt da. Ne. Sollen wir dich sauber machen? Ist zum Glück nicht so dreckig. Ja. Hä? Da geht's los. Das war's. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch die Smarty, ganz viel fliegen, nicht Gras fressen. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch 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 der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka, da steht auch der Inka. So, ich bin jetzt unterwegs, der Inka, da steht auch 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 der Inka. Musik Ich bin jetzt wieder zu Hause, gehe jetzt in mein Zimmer und dann muss ich heute leider noch Mathe und Englisch lernen, aber das mache ich dann gleich noch, aber vorher gehe ich wahrscheinlich noch in den Pool. Und ich wollte euch jetzt Tschüss sagen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Tschau!